So und da sind wir dann auch schon wieder. Wir müssen eine Liefermission durchführen. Und ja, oh lord. Nein, ich mache jetzt kein Verbrechen. Aber ich würde gerne mal wissen, wo hier Geldautomaten sind. Würde mir nämlich helfen. Ja, Map war da. Vielleicht gibt es hier... Geldautomaten. Wunderbar. Und dafür wegstecken. Oh, hacken. Na, ist Fahrzeug verfügbar. Sehr gut. Trölele, trölele. Alarm auslöp. Wo ist denn der Verflug der Geldautomat? Die Message ist ja nicht verkehrt. Vielleicht die Methode. Welche Message? Die pfuschen überall rum. Stören die Stadt... Oh, warte. Hier, wir zerstören die Brücke, um unseren Standpunkt darzulegen. Das ist Ihr Thema. Das Ding ist angreifbar. Also sollen wir das alles aufgeben? Rushmore hat recht. Das sind Kriminelle und sie gehören alle in den Knast. Okay. Oh nein. Das ist so peinlich. Ich habe noch nie so verdammt hohe Schuhe getragen. Und dann falle ich der Länge nach hin. Oh Mann. Wo wolltest du hin? Wir wollten nach Downtown ins Theater. War zu transportieren, lauter Komis und Checker-Autos. Sogar Lucky Quinzas im Publikum. Sollte ich den kennen? Du kennst ihn nicht? Er ist berüchtigt. Hässlich wie die Nacht. Und überhaupt. Okay. Hallö, Hallö, Typi. Kauft sich ein Teleskop. Ah, sie hat den Auftrag bekommen. Potentieller Tatort. Okay. Gucken wir erstmal ganz kurz. Um wen es wahrscheinlich geht. Diesmal jagen wir auch nicht zu früh irgendwas in die Luft. Wäre ziemlich dämlich, wenn wir das schon wieder tun. Das ist der Ort. Wenn der Typ zuschlägt, bin ich hier. Misch dich hier mal besser nicht ein. Hey. Ich sollte das nun mal lernen. Nicht die Waffe zu früh zu zucken. Äh zücken. Verdammt. Nein, das ist doch scheiße Mann. Wir brauchen mehr Wien hier. Was war das denn? Herstellungskomponenten für einmal Hack. Also ich will echt mal in das Big Sur. Du checkst ein und sofort gibt es kein Telefon, Internet oder andere Elektronik mehr. Stell dir vor, die Welt auszuschalten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Sicher könntest du. Geht aus dem Weg! Geht aus dem Weg! Geht aus dem Weg! Wollte ich nicht. Naja, vielleicht doch. Aber eigentlich nicht. So, jetzt will ich mir erstmal eine Karre wiederholen. Da, Crew hacken. Zugriff auf Kontodaten. Okay. Ah, falsche Taste. Gucken wir nochmal. Da, Geldautomat. Geldautomat. Okay, rennen wir zu dem. Okay. Das macht das Ganze natürlich mittlerweile jetzt deutlich einfacher. Okay. Kann ich jetzt eigentlich beide abrufen oder nur den einen? Wie ist das? Mal gucken, was ich jetzt krieg. Ah, okay. Ich hab jetzt schon ordentlich Kohle. Hier ist gerade keiner, der irgendwas hat. Schade eigentlich drum. Egal. Ach, und was steht da? Äh, Nebenwirkungen sind trockener Mund, Kopfschmerzen und irgendein Lebergedöns. Aber du kannst sterben. Sehr lustig. Glaubst du ich scherze? Kein Witz? Bist du sicher, dass du den Scheiß brauchst? Was ist denn los mit dir? Ach, egal. Komm besser direkt zu mir. Ich geb dir mal eine Dosis Schnaps. Ich seh dich dann. Alter, die Wagen hier sind echt übertrieben. Vor allem in den Großen. So, jetzt muss ich hier eine tolle Fahrermission machen. Aber an die Straße weiter... Alter, die Musik ist ja echt übel. Schlechter Beifall. Oh, Herrgott. So. Na kommt das hin? Boah, er hat das schon ziemlich gut eingeparkt. Vor allem für diese Art von Wagen ist das natürlich echt hart. Was ist das? Ja, hallo, mein Spiel ist wieder abgeschmiert gewesen. Ähm, ich hab grad ein kleines bisschen ohne weiter gespielt. Ähm, bin dann gestorben. Äh, ich hab keine Hauptmission gemacht, ich hab nur ne Nebenmission gemacht. Ähm, wir müssen hier jetzt im Gangquartier... müssen wir versuchen zu überleben. Und anfangen tue ich einfach mal genauso wie beim letzten Mal auch, indem ich hier den Lift hochfahre. Hä? Was war das? Oh, verdammt, hochfahre. Sein Teil... Da vorne das Hecke. Hier! Er ist hier! Verdammt, das hat nicht ganz so wirklich geklappt. Mach den Stricker Platz! Ha! Wir sind ein paar Mal mehr als du, Junge! Nein! Nein! Oh mein Gott! So, da ist er schon mal down. Ähm, wir können bei... Kampf können wir irgendwas machen, was ist das denn hier? Fokus! Mit Steuerung, dann kaufen wir uns einfach mal den Fokus. So, und dann liften wir uns hier mal schnell wieder hoch. Huh! Natürlich müssen wir ihn auch ordentlich machen. Erstmal, der Wichser ist irgendwo hier drüben! Wichser ist abgezischt. Okay, wechseln wir mal die Waffe. Der Schisser ist nicht weit. Wo ist der Kerl? Okay, hier scheint mir keiner zu sein. Da oben gerade zumindest auch nicht. Ich hab nichts! Geh mal weiter! Da rum ist er, ne? Da rum ist er, ne? Der ist jetzt auch schon mal down. Oh, lol. Ah, Moment. Okay, schade, da kommen wir nicht ran. Hm, schade. Ah, geh in den Deckel. Da, Alter, da! Ich hab ihn jetzt, Kumpel! Wobei's, was du am Arsch bist? Ey, yo, bitch! Meld dich, wenn du da bist! Ich bin schon mit Schrock bei meiner Mama! Mama ist getrönt! Verdammt! Du kannst nicht ewig dableiben! Verdammt! Jetzt hab ich aber echt genug! Komm wieder her! Was? Ach nee! Oh, das ist ja grad total bekloppt. Schwierige Mission! Sehr, sehr schwierige Mission. Kann ich dazu nur sagen. Ich versuch's diesmal ein bisschen leiser und versuch mal auf einen anderen Weg da reinzukommen. Ich versuch mal so ein bisschen von hinten und huch! Kamera hacken. Kann Versteckung rufen. Jetzt nicht mehr. Da ist einer. Ey! Der piepst denn hier! Der ist auch weg. Kauf kürzlich Fluchttürkets ein. Okay. Würde er jetzt wohl erstmal nicht mehr machen. Da hinten rennt irgendjemand. Der Raum scheint mir jetzt safe zu sein. Oh, da hinten komm ich direkt an die nächste Kamera ran. Das ist natürlich geil. Der ist weg. Einmal die nächste Kamera direkt weiter. Der ist jetzt auch weg. Wie konnte das passieren? Der Schlag. Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Geh mal weiter weiter. Der Schlag. So, damit ist der auch weg. So, davon ist er. Da ist noch einer. Verdammt. Ich stehe da drüben. Ich stehe da drüben. Da fick was ist das! Ach so! So, was ist mit dem Typen? Ich stehe da drüben! Ich stehe da drüben! Kann Versteckung rufen. Das ist natürlich Kacke. Das ist natürlich jetzt schwürig Okay, den Typen müssen wir niederschlagen Skillfähigkeiten erhalten im Kampf Achja, klar So wie jedes Mal Eigentlich So, jetzt sind wir wenigstens schon mal drin Wir haben uns jetzt auch schon mal direkt mal das erste Was wir gesehen haben, nämlich hier die Tasche Oh, voll Okay Oh, fuck, da können wir sehen Das bedeutet jetzt allerdings auch Dass ich jetzt eine Möglichkeit erhalte Wow Habe ich das gerade richtig gesehen und da kommt jemand Ne, okay Ich verstecke mich hier mal mit C Hänge mich dann wieder in die Kamera rein Genau, sie sind nämlich jetzt alle da hinten Was richtig geil ist Ab an die Kamera Da ist mein Ziel Okay Kann Versteckung rufen Der müsste eigentlich noch weg Ja Okay Hast du was gehört? Jo, ich hab was gehört War, ich bin schon wieder Selbstgespräche So, jetzt Join die nochmal hier hinten rein So, wie bewegt er sich? Kann ich hier noch irgendwas sprengen? Nein Das ist natürlich kacke Aber mein Gegner befindet sich gerade ziemlich allein Oh Gott Ziemlich alleine da hinten Mhm So, jetzt muss ich nur noch zu meinem Gegner da hinten kommen Das war knapp 47 das war echt knapp das kippung der gucken wir mal hier beim hacken so was ist das hier geld an martin hack boost geld mehr die man beim hacken von banknummern automaten erhält das ist natürlich ganz geil transformatoren ist auch ganz geil aber ich glaube ich möchte lieber dieses hier haben und wir nehmen auch schon wieder elf minuten auf da dass die letzten folgen ja immer so lang waren und vor allem weil die letzten folgen vor allem vor allem weil die letzte folge noch nicht zu ende war die ich hier mit verbinden muss ist es auch ein bisschen doof also würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020